hallo leute wir spielen wieder overwatch und gucken mal wieder auf dem ptr server also der patch ist schon draußen aber trotzdem spiele ich noch im ptr server ich trainiere nämlich ein bisschen gegen sombra die schon unsichtbar vorher rennt also gegen die gegnerische sommer ich vermute mal dass da eine ist und wer den rettig erst mal hat glaube ich geklappt und so weiter ja geht ganz gut ja und zwar natürlich eben den sniper da könnte mich nervig sein so weg ist als sniper das haben wir gerade gesehen ich weiß jetzt nicht ob das unsere ist das war glaube ich nicht und soll deswegen gehe ich da mal weg ich verschwinde und ja ich habe angst vor dem ach da kommt er ja den wollte ich eigentlich nicht töten auf natürlich den ich dränge ich bedränge die gegner mal ein bisschen so verteilen paar headshots und kann man sagen geholt ist natürlich sehr nice und jetzt habe ich wieder die die der menschlich mal wieder aus und machen wir jetzt gerade gut ich glaube nicht auch schon ich gehe mal zurück um ja danke heilung habe ich gebraucht so dann können wir nämlich auch weiter erobern und so mal sehen ob das was wird ich glaube ja nicht aber aber egal oh nein die stunde hat geschlagen und so weiter das ist ja echt hey hat er mich erwischt nee irgendwas hat mich getroffen ach wahrscheinlich jank wird du wahrscheinlich wird weil der hat den legendary skin sieht natürlich sehr cool aus deswegen aber egal sind die gegner haben natürlich nicht das habe ich gar nicht erwähnt deswegen alles okay hier auch nee auch nee was machen wir denn da egal wir gehen einfach drauf und hoffen dass wir irgendwie gewinnen oder so so die die will ich am besten als erstes töten aber ich kriege das natürlich nicht hin weil ich doof bin und so ist üblich halt so ist sie ja die ist tot okay deswegen trotzdem sterbe ich jetzt gleich weil ich nicht geheilt werde werde ich eben nicht geheilt er braucht schon heilung und kann ich direkt zweimal jeweils absnacken das ist natürlich cool somber ftb und so dann natürlich die noch mal oder so oder versuche ist halbwegs vielleicht kann ich ja gleich hier ja und einer schal das war das jetzt nicht direkt geplant aber passt schon ich habe schon wird trotzdem getötet das ist auch nicht wo der direkt war aber hat funktioniert und somber nein und ja natürlich habe ich nicht nicht das aktuelle spray dass das foto mag ich ja ganz gerne das habe ich ja im normalen server aber trotzdem player für game ist doch ganz gut oder also ich hoffe ich habe das vielleicht hat das auch jemand anderes der auch so ein kill bekommen hat man weiß es nicht ich bleib mal hinter einer schild weil wegen seiner ulti und so das üblich halt und ich wollte sowieso noch ein bisschen angst machen hoch auch nicht wurde gehackt scheiß ulti sondern ich kann jetzt auch ich konnte nichts machen scheiß hack immer dieser somber hack den habe ich mich noch nicht richtig eingestellt da kann man sich nämlich nicht da kann man sich nicht so richtig wehren cool direkt das erstmal das brauchen wir aber nicht weil es viel zu nah dran ist am sporn kann man auch eigentlich theoretisch an sporn gehen oder so da gibt es glaube ich bessere dinge hat jemand hätten kann aber das ist kann man mal machen und so der menschen wir die mal ein bisschen so naja sammelt euch wen juckt da schon sagen muss man sich jetzt auch nicht wollen wo schon wird war ja nicht lang wird naja da ist schon wird handel ich soll sterben nein ich habe es eben geschafft in die falle zu gehen die ich vorher noch gesehen habe aber egal immerhin ist nicht jemand anderes in die falle getappt soll es mal wieder der fliegt das übliche halt so ach moin ach so ich hatte ihm gedacht dass da jemand drin ist aber nein schon wird schon vielleicht schade dann wird hat natürlich mit drei leben oder so uns fehlt schon wieder jemand was das denn und auch noch die healer der wiese leftet der healer denn ausgerechnet was soll die jetzt machen auch ernsthaft also auf dem ptr server spielt gerade irgendwie rein gar keiner deswegen ja gibt es die nächste folge wieder auf dem normalen server und so ja und nein ich wurde gehackt und nein was soll ich da jetzt gegen machen sterbe und so ob es das war nicht das war natürlich dann gehe ich mal weg tschüss das ist doof aber meine ulti ist gleich glaube ich bereit ähm können wir auch eine sehr gute ne danke sehr wir haben endlich eine neue person das ist natürlich gut dann haben wir vielleicht jetzt auch eine chance ja mps von unserer gleichbereit das übliche halt ich gehe mal so hat die ist unsichtbar ich habe angst dass sie von mir dies aber nicht jetzt ist frostig wo denn ach da nice nice dann kann ich vielleicht werden leute töten oder so und natürlich die aktive alle meine dinger auch ich kann das trotzdem dürfen interessant wusste gar nicht dass es geht aber egal wo kann ich kann ich ja natürlich auch schade hat nicht so ganz funktioniert könnte aber trotzdem noch aber nein wer ist hinter mir da geht es niemand mehr und einig sterben ein gewerk gewerk wir wollen hier weiter kommen deswegen gewerk den scheiß snipers hier wieder irgendwo unterwegs fühle ich richtig nervig so da krieg ich den natürlich richtig nicht nervig alles hier nervig man fühlt schon dass ich hier auch danke kann ich den mccree jetzt doch töten das sind ja da war irgendwie weggegangen wo wirst du denn sind ja ich dachte wir können doch sind ja da hat mich verlassen so nah am checkpoint aber doch sofern tragisch fach wurde übrigens gestorben wir sind da oben gestorben fernhof wir haben fährt wer wer bringt mal rutsch hallo was gibt es was gibt es jetzt ist er jetzt ist er tot so das wollte ich ja die ganze zeit nur so ich ich ach so die hat ihn jetzt kein schild mehr deswegen sollte ich die natürlich auch nein ich werde auch gleich getötet deswegen sollte ich hier mal genau ich krieg jetzt leben und so und wir haben die checkwand endlich danke und ich jetzt auch mal die stelle weg machen so ganz easy kurzer prozess würde lucio jetzt sagen aber ich bin nicht lucio deswegen ich habe schon gesagt mist auch hier auf zeite stunde eigentlich noch zu schlagen ja genau die macht wieder den schild weg Ich merke das nicht, dass alle Töne so gedämpft sind bei der Ulti. So, hier Ulti und so. Hoffentlich töte ich welche. Dreifach Kill, natürlich. Da mache ich hier mal so. Vielleicht spielt das ja Play of the Game oder so. Kann ja sein. Krippige ist natürlich immer gut. So, nein, geh mal weg, McCree. Nein, weg, danke. Beeindruckend, ich weiß. Das ist echt beeindruckend. So, gewonnen, oder? Nicht? Ich habe gerade E-Moden, aber zwar wohl zu früh gefreut. Ja, ich sterbe. Schade, auf den letzten Metern noch mal hier. Schade, oh, oh. Die ist aber fast tot und so. Ich habe irgendwie gerade Angst vor dem Sniper. Das ist nämlich... Jetzt kommt... Ach, ich muss meinen Wagen wiederholen, sonst sterbe ich gleich bei McCree. So, ich gehe mal... Ich hole gehackt. Mensch, ey. Immer dieses Hacken. Nein, 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 geh weg. Oh. Kann er mich mal... Kann er aufhören, mich mal zu töten? So, Sombra hackt das Ding mal. Danke. Lock and go. Dann warte ich hier mal ein bisschen. So. Schön, dass es... Schön, dass es so eine Hack-Fähigkeit gibt. So, jetzt aber. Jetzt drauf. Drauf, 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 drauf. Oh. Oh nein, 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 nein. Oh, meine Ulti war noch nicht bereit. Die war auf 90%. Das ist ja jetzt doof. Hm, kriegen wir das vielleicht hin? Schaffen wir es vielleicht? Ja, man weiß es nicht. Kriege es hin, bis dahin noch hinzukommen. Bis, bis es zu Ende ist. Natürlich, schaffe ich es. Oh, shit. Ich wurde nicht gehackt, also muss ich jetzt das Team carryen. Oh, shit, ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Heilung? Einmal Heilung, bitte. Na gut, dann nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo unser Kollege war. Egal. Immerhin habe ich Play of the Game, oder? Natürlich habe ich Play of the Game, denn Play of the Game habe ich immer verdient. Jaja, voll cool und so. Oh, was kriegen wir jetzt noch hin? Ich glaube nicht, dass wir es noch hinbekommen. Außer wenn die drei das da jetzt noch die ganze Zeit auf beide Fachzeilen sind. Und das war knapp. Und erstmal Roadhog töten, so. Dann hier. Ja, nein, ich wurde gehackt, dann muss ich Sombra töten, oder so. Und mein Ulti ist gleichbereit. Nein, 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 nein. Ja, ich kann mein Ulti noch benutzen. Oh, kommt schon. Ja. Haben wir es jetzt? Habe ich es gecarried, oder? Oh, kann jemand Sombra bitte töten? Danke. Die da auch noch. Danke. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Geht mal weg, alle. Och, nein. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Alter, haben wir es jetzt? Danke sehr. Danke sehr. Ist ja auch lange genug dauert. Mensch, ey. So. Habe ich... Und Play of the Game habe ich auch, oder? Play of the Game habe ich. Was... Was... Was ist das denn? Was... Was... Was hat der denn gemacht? Wo ist... Wo ist mein Play of the Game? Ich habe doch auch einen coolen Triple Kill gemacht. Och, nur weil... Och, nein, ey. Der ist mal wieder schuld. Natürlich. Och, Mensch, ey. Jetzt habe ich da nur... Och. Ne, das ist doch scheiße. Ich wollte doch Play of the Game. Ich habe drei Triple... Ja, zwei Triple Kill's gemacht. Och, Mensch. Ey. Jetzt bin ich wütend. Das finde ich jetzt echt doof. So, weiter geht's. Auf Eichenwalde. Ähm, ja, genau. Noch ein Versuch gegen Sombra. Mal sehen, wie es jetzt so wird und so. Aha. War schon mal eine Diva. Wo ist denn Sombra? Sombra kommt wahrscheinlich gleich. Hm. Ja, die sehen wir ja schon gleich. Die werden wir gleich sehen. Okay, mal Sombra hat... Unsere Sombra hat das hier schon gehackt. Okay, wo ist denn derartige Gegner haben? Immerhin weiß ich, dass die Gegner einen Sombra haben. So, das Healthhack hier ist echt nützlich. Das sollte ich öfter benutzen. Ah, ist... Na, na. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Och, nee. Ich dachte, das wird... Ich dachte gerade, das ist... Nach einer guten Chance auch sieht, dass wir hier mal Push-Versuch starten können. Auch Sombra, da bist du also. Nein, nein. Sombra, nein. Ich hab dich sichtbar gemacht. Nein. Oh. Schade. Ich dachte... Na, egal. Ja, ja. Nanook muss bereit. Bla, bla, bla. Bin juckt er schon. Diva, du nervst ein bisschen, wenn ich das so tragen darf. Ich achte mal auf mein Leben. Aha. Ja. Ja. Sombra tot. Ja, dann gehe ich mal. Ach, Sombra hat das hier nicht mehr gehackt. Das ist natürlich doof. Ups. Oh, ja. Genau, jetzt werde ich hier auch noch... Ups. Ähm. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wieso kann ich... Also, ich konnte mich nicht überwegen. Was soll das denn? Das war vielleicht komisch. Na egal. Ja, dann hier... Wie war es so dumm und lässt mich hier bei ihr wieder aufleveln. Level 2. So. Dann bin ich wieder auf mein Mech. Der Drache verschlingt euch. Deswegen... Mache ich hier mal alle Dinger kaputt. So. Nein. 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 Ich will... Oh, ich wollte die Dinger hier kaputt machen. So. Ich hab alle weggemacht. Jetzt können wir auch durch. Oh, die habe ich noch nicht gemacht. Wegmacht. Mikri. Hat Mikri jetzt aber weggemacht. Jetzt können wir auch da mal, glaube ich, machen. Mal aufgehen, oder? Also, wenn jetzt niemand draufgehen will, dann kann ich ja auch alleine draufgehen. Oh, die haben Teleporter. Ich kann ja auf Teleporthand gehen, oder so. Klingt gut. Ich hab hier so viel Leben verloren. Deswegen nehme ich mir das hier mal. So. Hoi. Ich will eigentlich gar nichts machen. Ich will hier nur vorbei eben. Aber dafür brauche ich zwei Etappen. So. Ich tue mal so, als wenn ich hier so ganz interessiert drauf bin und so. Hat der Sombra. Hallo, Sombra. Och, nein, ne? Och, nee. Sombra, please. Was soll das denn? Dann fliege ich einfach mal drüber und hoffe, dass ich irgendwas... Huch, nein. Habt ihr das geändert? Das war vorher doch nicht so, oder? Egal. Hier Leben holen und dann... So kann ich hier auch wieder weitermachen. Nein. Ich nerve das mal. Nein, nein, nein. Schafft er es noch? Ah, Mist. Hat er noch geschafft, leider. Jeder konnte sich in Sicherheit bringen. Deswegen... Ah, wollte ich gerade fliehen. Aber nein, McQueen meint, ich darf nicht fliehen. So. Ah, jemand beleidigt wie der Hanso. Das üblich ja halt. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Aber wen juckt er schon? Kommen wir jetzt vielleicht weiter oder so? Können wir mal auf den Punkt gehen oder so? Weil der Punkt ist schon sehr attraktiv, finde ich. Ich finde, dem Punkt kann man schon vertrauen. Ah, geht doch noch. Ich dachte, das geht nicht mehr, aber... Ich bin nicht perfekt genug geflogen. Dann gehe ich hier mal nach oben. Oh, guck mal, ich habe einen Telefoner gefunden. Was für ein Zufall. Mensch, so schlecht versteckt. Können wir jetzt den Punkt ein... Oh. Natürlich wird die wiedergelebt. Moin. Nein, nein. Ey, ich habe doch schon ein Schild gemacht. Das ist natürlich mal wieder... Weil wir auf einem amerikanischen Server sind. Bei mir habe ich das nämlich voll geblockt. Oh nein. Ach, Genji, please. Kann ich bitte weg. Danke. Oh, zum Glück. Alter. Oh nein. Oh nein. Äh, ich gehe da mal, ne? Tschüss. Hoch. Habe ich überlebt. Ich habe wieder erlebt. Okay. Dann, äh... Oh, jetzt brauche ich aber Heilung. Heilung? Hi. Hi. Heilung. Hallo. Heilung. Heilung. Ich... Ich... Och. Neben nicht. Ich dachte, ich kriege vielleicht irgendwie Heilung oder so. Aber nein. So, kriegen wir es jetzt hin. Haben wir es jetzt. Immerhin kann ich mich jetzt heilen. Oh, Sombra, du bist mal wieder sehr toll. Genau. Digi, sagen wir jetzt alle mal weggehen hier. So. Doppelkill. Natürlich nicht meiner, aber... Vignacitor schon. Sombra, please. Kannst du mir wieder weggehen. So. Ist mir jetzt egal, wenn Sombra irgendwas macht. Ähm... Genji, du bist hier vier am Platz. Wie ihr alle anderen auch. So. Ich gehe mal hier, aber ich bleibe hier bei der Fach. Denn sonst will hier ja niemand hin, ne? Und so. So. Achso. Hat der schon zerstört. Ähm... Schön hier. Ähm... Sehr schön hier. Genau. Der ist jetzt auch weg. Sombra, please. Nein. Oh. Der hat mich nicht geeckt. Na gut. Äh, nein. Oh, jetzt hat er mich aber geeckt. Und jetzt kommt... Ja. Wäre mit Green nicht da gewesen, ne? Dann hätte ich vielleicht besser überlebt. Aber egal. So. Ich bräuchte mal Heilung. Wenn wir einen Healer haben, wäre ich mir extrem verbunden, wenn der mich jetzt heilen würde. Danke. Sehr nett. Sehr nette Menschen hier. Und... Och, schade. Ich dachte, das wird was. Aber nee. Ach, schade. Hat mich getroffen. Ich war nicht so stark. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ich bräuchte mal hier die Heilung. Und fliege dann von hier unten wieder hoch. Aber das kann ich... Ach. Verrauche ich nicht. Die Fracht heilt ein, ja. So. Wo ist hier noch Sombra? Da ist Sombra. Geht es nicht Sombra. Oh, nein. Kommt schon. Na? So, ich habe eine... Ultime Waste, weil ich keine Lust hatte, jetzt noch mal hierhin zu rennen. Denn ich bin ein sehr fauler Mensch. Und fauler Menschen ist machen was. Guck mal, da habe ich einen runtergeschlagen. Ist natürlich richtig cool. So, ja. Mercy, Downton. Nice. Nice. Ja, juckt mich doch nicht, dass der mich angreift. Oh. Guck mal, Gageert-Multi an. Nein, geh mal weg. Brauchen dich gerade nicht. Sombra, du bist gerade sehr dumm. Deswegen kannst du mal weggehen. Auch nee. Oh, guck mal, ich habe den vorher getötet. So. Oh, nein. Ich will nicht sterben. Ja, kriegen wir es hin. Vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht auch nicht. Den juckt er schon. Oh, nice. So, den auch noch. So, nein, aus. Ja, gut. Ja, ja. Du willst mich wegboopen, ne? Nee, nee. Du schu. So. Ist er runtergefallen? Jo. Ist er wirklich runtergefallen? Ich habe ihn doch nur leicht angestupst. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das dazu kommen konnte. So, ich stelle mich mal hier im Beweg. Huch. Ist das Ding plötzlich weggegangen. Irgendwie haben wir ständig einen neuen Healer. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt kommt. Ich würde jetzt sagen, zufälliger Mutismus, aber... Zufällige Mutation meinte ich natürlich. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Erstmal Diva-Töten. Na gut. Diva-Nerft da irgendwas. Keine Ahnung, was ein Diva auch immer nerft. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Mann da alles nerfen kann. Aha. Ja, cool. Eine Startfrage habe ich erleben. Eliminiert. Ist natürlich echt toll. Ach ja, hallo. Hallo. Was gibt's denn so? Ach Mensch, Diva, du bist so scheiße. Will interessiert. Also Diva hier ist echt viel zu offensiv. Oh nice. So, Diva kann ich blocken für ne kurze Zeit. Das ist natürlich sehr nice. Aber jetzt kann sie wieder blocken. Langweilig. So, ich kann meine Fach... Äh, mein... Mein Dings wiederholen. So. Nein, Genji, geh mal weg. Nein, Vorsicht, Gegenverkehr. Was soll ich? Oh, kaputt. Na gut. So, kriegen wir's hin. Ich... Ich bin zuversichtlich, dass wir das kriegen. Hinkriegen. Hallo, Lucio. Was passiert denn hinter mir? Ich treff dich irgendwie nicht. Ähm, Lucio. Ich... Lucio, ich treff dich gerade nicht. Lucio, ich treff dich nicht. Ich kann's mal stillhalten. Auch mein Schluss... Äh, Alter. Willst du mich verarschen? Na gut. Diesen Push-Versuch haben wir wohl gefällt. Aber vielleicht wird das ja noch was. Ich hab das auf jeden Fall gut aufgehalten. Killstreak 13, na gut. Und Bam, tot. So. Wird das noch was? Ja, wir müssen uns mal wieder sammeln. Denn der Großteil von uns ist gestorben und so weiter. Das ist üblich halt. So wie im Real Life. Ähm. Der sagt, dass wir uns sammeln sollen und dann geht er alleine rein. Ist natürlich auch lustig. Egal. Wir sind jetzt wieder alle da. Deswegen können wir auch einfach ganz easy drauf gehen und so. Ja, nice. Weil Lucio muss tot. Lucio muss... Ja. Lucio, please. Du nervst. Oh nein. Nicht schon wieder Gegenverkehr. So. Und auf das und so. Oh, guck mal. Nice, ey. Ich bin hier oben. Da kriegen wir es hin. 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 Ich glaube ja nicht. Ich warte hier einfach nach. Und wenn es knapp geht, springe ich auf die Fahrt. Das üblich halt. Fühle es knapp. Sieht gerade nicht so danach aus. Das ist knapp. Oh, guck mal. Dieber hat mich bemerkt. Dann gehe ich mal runter. Sonst wird das ja noch langweilig hier. Aber ich brauche mehr Heilung. Die andere, die war aber ein Vorteil. Haben wir jemanden Lucio töten? Ich kann den nicht töten. Ach, Mensch. Was ist das denn hier alles? So. Was? Mensch. Irgendwas hat mich gepusht. Ich dachte, sie war hinter dem Pfeiler. Oder was auch immer. Jetzt mal Holger. So. Junko immer wieder. So. Ich glaube nicht, dass wir das nicht haben. noch gewinnen, weil... Oh, hm. Nicht, wenn die alle weggehen gerade. Video. Ja. Da haben wir wohl verloren, weil aus irgendeinem Grund hier ist niemand für nötig, bei der Fracht zu bleiben. Und ja. Ist ja auch egal. Juckt ja auch keinen. Ich habe mal wieder Goldballzeit. wie jedes Mal, wie jedes Mal, wie jedes Mal, wenn ich spiele. Jedes Mal. So. Junko wird mal wieder normale Leistung gezeigt. Oh, guck mal hier. Mensch. Diese Zeit ist aber echt amazing. Wow. Weil ich auf dem Payload war. Nicht so wie die anderen. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Dann würde ich aber auch sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei Overwatch und so. Ähm. Ja. Bis dahin. Tschüss und so weiter. Tschüss. 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 Vielen Dank.